Ah ja, ein kühles Blondes. Oder sagen wir lieber Blonde Bräute. Das sind sie nämlich in Kolks Blonde Bräute. Frauen gehören aber auch dazu. Das ist übrigens der Autor, Frank Schulz. Und hinter ihm kommt gerade sein größter Fan rein, Harry Rowold. Durch das Buch habe ich ihn kennengelernt, durch meinen ersten Roman, durch Kolks Blonde Bräute. Wir waren im selben Verlag. Und als das damals erschien, 1991, hat er mich darauf angesprochen. Und seitdem verstehen wir uns sehr gut. Es ist aber auch ein klasse Buch. Kolk, die Titelfigur, ist Briefträger irgendwann in den 80ern in Hamburg. Hauptbeschäftigung? Zech bereit mit seinen Freunden in Kneipen abhängen. Die gibt's alle wirklich. Etwa die Glucke oder im Original die Glocke. Frank Schulz kennt sie aus nächster Nähe, von damals. Aber natürlich war es nicht so, dass ich so wie heute nicht Trinker war, sondern ich hab mächtig zugelangt. Und insofern war das eben schon allein deswegen lag das Thema für mich auf der Hand. Und natürlich hab ich mich viel in Kneipen rumgetrieben. Das war eine Lebensform von mir. Und hab da Augen und Ohren aufgesperrt. Biere, Biere, Biere und bloß nicht an die Rechnung denken. Es wird gesoffen, geraucht und hemmungslos herumphilosophiert. Schulz entwirft ein exzessives Hamburger Kneipen-Panoptikum, wenn Kolk mit seinen Kumpels Skat kloppt und im breitesten Norddeutsch über Frauen sinniert. Also das ist schon ganz direkt an diese Gegend gebunden hier. Schon allein eben wegen der Sprechsprache, wegen der gesprochenen Sprache. Ich bin ein Fan gesprochener Sprache. Ich mag es sehr, Dialekt zu hören und Dialekt selber zu sprechen. Und soweit es mir möglich ist zu imitieren und so. Das hat für mich etwas mit Heimat zu tun. Sprache, wenn es Heimat gibt, dann liegt es in der Sprache. So spiegelt sich über die Sprache auch in den beiden Fortsetzungsromanen immer wieder Frank Schulz' eigene Herkunft. Jungs vom flachen Land, die in der geliebten Großstadt irgendwie dann doch Sehnsucht nach der Heimat haben. Das ist komisch bis zum Anschlag und immer originell. Besonderes Highlight? Auf seinen Lesungen ist oft Harry Rowold dabei. Außerdem haben wir festgestellt, dass wir ganz gerne zusammenlesen und mit verteuerten Rollen und so weiter. Er erklärt sich dann freundlicherweise bereit, bestimmte Figuren aus meinem Kosmos da zu übernehmen und so weiter. Und kann sie dann mit seiner Stimmgewalt und seiner Fähigkeit, verschiedenen Typen und Soziotypen und Dialekte und so weiter nachzuahmen, hervorragend verkörpern. Und das ist komisch. Versprochen. In meiner Ansicht nach kann man die Welt nur komisch sehen, sonst wird man verrückt. Und ja. Ja, Dienstag in Hannover können wir das erleben. Da wird Frank Schulz zusammen mit Harry Rowold aus seinem kleinen Roman Kosmos lesen. Das heißt, den hier kann man aber auch clothing tun. Aber das macht dasireum. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem.